Insokor, wie stark angefangen, noch eher stark nachzulassen. Was ist passiert nach dem 2-0? Ich glaube, wir sind viel zu passiv vor. Wir haben ihnen viel zu viel Raum im eigenen Drittel. Sie konnten bei uns wirbeln. Ich glaube, wir müssen einfach näher beim Mann sein. Wir versuchen auch dem Goal ein bisschen besser zu helfen. Auch ihnen vielleicht ein bisschen mehr aushelfen? Das ist ja so. Zum Teil laufen wir alle Drehgung, Flügel gegen den Führung und schauen nicht defensiv. Das müssen wir recht schnell wechseln jetzt. Danke vielmals, gute Pause.